Guten Tag, wir zeigen Ihnen, wie wir Ihre Produktion effizient gestalten. In unserer vierjährigen Entwicklung haben wir diverse kundenspezifische Projekte umgesetzt. Dadurch und durch unser fundiertes Lean-Know-How haben wir unser Pick-by-Light auf ein anderes Level gebracht. In einem jungen, aber auch sehr dynamischen Team entwickeln wir die Soft- und Hardware. Unser Ziel ist es, dass Ihre Mitarbeitenden in der Produktion Hand-in-Hand mit dem Setago zu arbeiten. Somit werden unnötige Tätigkeiten eliminiert. Mit dem Setago Pick-by-Light arbeiten Sie prozesssicher. Somit machen Sie null Fehler. Neue Mitarbeitende werden schnell und aber auch sehr einfach eingearbeitet. Durch zusätzliche Logistikfunktionen, erweiterten Anbindungen von Robotern sowie Verbindungen mit diverser Software haben wir mit Setago einen entscheidenden Schritt in Richtung Smart Factory gemacht. ERP-Systeme binden wir direkt in unsere Software ein und ermöglichen so sämtlichen Datenfluss in der Produktion. Setago vereint alle Industriekomponenten zu einer Gesamtlösung, wie zum Beispiel kollaborative Roboter oder fahrerlose Transportsysteme. Komplette kundenspezifische Integrationen bieten wir aus einer Hand an und unterstützen bei komplexen Projekten. Erweiterungen und Veränderungen begleiten uns im Alltag. Gemeinsam erarbeiten wir ein Konzept und verbessern Schritt für Schritt den Prozess. Setago soll eine Arbeitsplatzsituation verbessern, den Prozess sichern sowie kundenspezifisch abgestimmt sein. Durch fundiertes Lean-Know-how und innovative Produkte leisten wir dann gemeinsam einen Beitrag zur Digitalisierung. Sie liefern ihre Anforderungen und wir reagieren mit der Lösung. See, take and go!